Ja Leute, es geht weiter mit Dragon Ball Infinity World und wir machen wieder Minispiele mit Grelin Gey ich liebe ja Minispiele egal ich komme darüber nicht hinweg ne ich komme nicht davon weg 2.0 nicht richtig ich hab's manchmal mit der Formulierung ok äh, wie beschadet ist denn das? nein wie behindert so, ich hab mich anfangs total verflogen das erklärt irgendwie dammit wie, wie, so hat denn der mich jetzt schon wieder gekriegt wir sind so du wirst nicht weg bereit? start es ist ein riesiger Weg zu gehen ach so, ich hab's geblickt ich hab's geblickt es geht um Aura es geht nicht direkt verfolgen also ich muss halt immer ein bisschen pausieren ok, ok das heißt, wenn ich so fliege ich glaub das wahrscheinlich tausendmal besser ja hammergeil natürlich darf ich nicht zu langsam sein ich hab's geblickt ich hab's geblickt sonst schaffe ich das von der zeit her nicht oh ja, man, wir haben's kapiert ach so, das war ein Minzen äh, Minzen sind nie schlecht äh, Minzen sind nie schlecht ach so, das war ein Minzen ach so, das war ein Minzen äh, Minzen sind nie schlecht ah, Minzen sind nie schlecht so, das war ein Minzen äh, Minzen sind nie schlecht nur ein bisschen mehr ja, denn der weiß ich bin mir nicht auf den Sack okay hier ist nie Zeit okay, dafür ist, dass ich's geschafft ach, dass ich's geschafft Haha, kein Problem! Rekon-Kämpfe jetzt mit jedem Lappen, oder? Ja, Kranin, geil. Ich hab für Kranin nicht wirklich was. Aber egal, dann hat Kranin-Time. Genau deswegen hasse ich das eigentlich. Jetzt darf ich jede Kämpfe nochmal mit diesen ganzen Bobs machen. Also, die, wo ich sowieso immer im Beginn der Story hasse. Ich war, da... Ich meine, ich verstehe ja, wieso es diese Kämpfe gibt. Sie sind halt in der Story so gewesen, aber trotzdem. Das ist ne Kacke. Boah, wir haben eben einen Techno-Beat. Alter, ich hab'n... ich hab'n doch gepackt. Haha, fuck. Besser. 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 Deine Fresse, wenn mir das auf den Sack geht, ey. Mein Gott, ey. Hier, fest doch ne Destro-Disk. Pisser. Oh, ich liebe diesen Tektomit. Ich liebe die alte OST, die ist richtig cool. Aber, dürfen sie ja nicht mehr benutzen. Kenji Yanomato, nur weil du so dumm hast, bei den Avatar und Terminator Musik zu klauen, sonst wäre das nie aufgefallen. Uh, Coginium Scouter, ja, da darf ich mich auf was freuen, hä? Kid Gohan, noch so einen Lappen. Den hab ich ja, glaub ich, verwandelt, nennstens. Uh, Potenzial. Oh, Gott, ey. Ich glaub, in diesem Spiel gab's dafür auch nicht. Ja, weil da das immer so spät macht, ist so Pulver. Oh, du kannst mich mal. Ah, okay. Wie man damit halt alles blocken kann, ist es furchtbar. Ha, hier. Frisst es. Da. Ja, ich hab ihn so ausgeschlagen. Ja, komm, ey, Mann, ich hab dich doch getroffen. Achso, ja, stimmt, der hat ja den Kackmodus. Na, Pisser. Jetzt nochmal mit Vegeta. Cheese, Butter und Guido gibt's ja nicht. Die gab's doch noch nie in der 2D-Boot-Kass. Wenn ich mich recht erinnere. Nee, die gab's noch nie. Ja, geil. Ja. Wie Cheetah Cheetah Chee-chee-cheedah Chee-cheedah Cheetah Go, Snipper! There's something strange in a male hud Jetzt kommt's Weko Dieser Spaßtee Es kommen Landezeiten, landezeiten Okay Piss off Ah ja Rekom Mit Vegeta kann ich halt spielen Das merkt man halt glaub ich glaub schon wie das Mit Vegeta geht's ja Hab ich eigentlich noch ne Verwandlung? Nein hab ich nicht Ich hab ja auch keine keine Ultimative mit Vegeta besetzt Ja was du kannst ja ich auch weiter Ja, ja, ja. Okay, dann mache ich erst mal den guten Kampf und kämpfe gleich mal gegen Goku mit Vegeta. Man, man, man. Hier muss... Ne, Kuda gab es auch nicht hier. Da kommt er auch in diesen extra Weltall. Shit da. Die ganzen extra Charakter kommen an der ersten Schuss. Gegen die ganzen Fucken an. Oh, geil. Ja, nein, shit. Goku macht meine Kobos. Fuck. Ja, da bin ich ziemlich mit Ausbrot. Jetzt komm. Pesser. Okay. Mann. Wie geht er? Ich schwör's dir, Goku, ich hasse dich mit dieser Alte. Deiner scheiß Packerei. Ja, wir haben mich jetzt noch erwischt, das Drecksau. Ah, für was habe ich mir Sinn zu wollen. Ja, danke. Danke, Goku. Ich liebe dich, Mann. Ach, das ist jetzt auch noch. Meine Fresse. Pisse. Jetzt hat er mich natürlich noch erwischt, die Drecksau. Ja. Ja, ich habe ihn doch noch gepackt. Nein, jetzt konnte ich nicht mehr Deutschdorf noch drücken. Was, jetzt hat es mich wieder raus. Mann, ich hasse das. Wer hat denn das programmiert machen? Aber ich google das. Ja, das google ich jetzt mit meinem Handy. Wir hatten. Infinity Word programmiert, man. Meine Fresse. Nein, das gibt's doch nicht. Hm. Dragon Ball Z. Infinity. Ja. Ja, ja, komm. Nein, Goku, was machst du da? Zurück. Ach, jetzt habe ich wieder da hochlautschen. Nein. Das wollte ich gar nicht. Ich hab's mit der Steuerung. So, neu, nochmal. Infinity Word. Prokramierer. Ja, wird das programmiert. Ah, jetzt muss ich erst wieder Kampf machen. Da kann ich auch, Arschloch. Ah, und wieder der Kack-Modus. Mir fällt auf vor, oder sonst gaute gar nicht. Ah, jetzt muss auch nochmal mein Handy. alle skilled signing discarded. Oh. Ah. Ah, okay. Ah, oh, 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 oh. Kennt, ah. Und 피 kjap. Von wrong. Ah. �cloo. Oh, oh. Mann Koko meine Fresse wie mir das auf den Sock geht da Drecksau Ja, das war natürlich doof Ey, ich bin doch gerade zur Seite gegangen Ich will meine Essenzbode nehmen, aber der lasst mich halt dazu wieder nicht, das weiß ich Ja, geht doch Hey, Mann Wie der mich halt noch packen konnte da mit dem Rücken zu mir Ja, Koko, du bist so ein inender Spaß Beziehungsweise ist das eigentlich genokrat hier Pisser Ach, den kann ich jetzt fertig machen, wie es aussieht Ja, obwohl mit Vegeta macht das Sinn Mit den anderen Zweiter wiederum nicht Ja, ja, ich hab dich auch lieb, Koko Was ist das wieder für so ne Scheiße So, du illinder Spaß Ah, Vegeta Das kann's doch jetzt echt nicht sein. Meine Fresse wegen Einstrich. Boah, 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 Guckoo, Eier. Eier, meine Fresse. Na man, Guckoo ist der Schlimmste von allen. Der ist der einzige Charakter, den ich nicht als KI haben will. Weil der hat gute Kombos. Ich kann froh sein, dass er sich nicht verwandeln kann. Ja, jetzt geht die Scheiße wieder los. Nach Bessert jetzt muss ich natürlich nicht erwischt. Boah, Pisser. Jetzt reicht's mir. Ohne Witz, jetzt reicht's übel. Jetzt hab ich echt die Schnauze voll von dir. Natürlich, dass du mich jetzt packt. Tricksal. Na komm noch, komm noch, komm noch, komm noch. Mann, dieser Modus geht mir voll auf den Sack. Mal ohne Scheiß. Ist ja furchtbar. Ja, geil, wieso hat er jetzt, wieso hat er jetzt die Attacke nicht gemacht? Ey, das trifft er auch nie wirklich. Ja, dann mach ich halt gar nicht. Komm noch, komm noch. Das ist halt. Pisser. Ja, 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 wie ich es liebe einfach nur. Wie ich es einfach nur liebe. Fucking Goku. Als Gegner ist er echt nicht so, ist echt nicht witzig. Okay. Kredit. Das wird spaßig. Hersteller Artaria, huh? Ich weiß schon, dann hat er auch immer mehr Leben als ich. Das wäre Goku eh nicht schon schlimm genug. Es war klar, dass er jetzt auch in den Modus geht. Er macht ja auch nie was anderes. Ohne den Modus geht er gar nichts. Und wieder in den Modus. Boah, ich hab dich lieb, Alter. Ja, ist klar, guck, der kriegt mich halt noch von da hinten. Ja, und ich kriege ihn nicht. Ja, ja, er guckt. Mann, wie mich das nervt. Pisser. So, du älter Schmacklöscher. Du kannst mich jetzt so kreuzweise. Ich bin auf Rage-Mode. Aber fuck, jetzt bin ich leider. Nein, nein, Goku. Schade, dass ich jetzt Sonnenblitz nicht mehr habe. Mega. Wie er sich da noch retten kann. Hier, dass du das... In deine Kehle, deine... Spaßlieb. Meine Fresse. Das kannst du nerven. Weiter geht's. Noch einmal mit dem Gohan. Und dann beende ich den Part. Mach, Fraser. Och, Minispiel wieder. Gottes Willen. Diese scheiß Minispiele gehen mir auf den Sack. Mal ohne Spaß. So, jetzt noch mal mit Kid Gohan. Und dann... Ja. Dann... Wenn ich den Part... Und im nächsten Part darf ich wieder Minispiele machen. Ich meine, immerhin Piccolo kommt mal wieder. Kann mit Piccolo ein bisschen kämpfen, aber trotzdem. Mein Gott, ey. Pisser. Guck mal, ich pack ihn halt nie, gell? Und wieder in den Modus. Das hat er mit Absicht gemacht, dass er sich in der Nähe hertüge betreten kann. Das war ne, Drecksau. Mann! Drecksau. Ja, mein Gott, wir haben's kapiert. Kuckoo. Ja, komm doch, komm doch, komm doch. Gleich ist der Modus alle. Besser. da haben wir aber so wurde es war übelst für bop über nur hofft aber was ich machen und stoppen dem pack im modus geht muss ich das auch machen da hat er sich bei mir wieder der modus ausgabe jahre die mich einfach trotzdem schlank hat obwohl ich hab beim Aufstehen leben eines gibt's doch nicht hier das sagt zwar immer täglich der Verkürtel ich verstehe doch nicht Fertig ich Fettig! Wer ist denn bitte neu in diesem Spiel? Baby-Vegeta, Subo-Zi-Sypzen, Schellung... Pan. Peikkochen. Aha. Okay. High-Freezer mit Death-to-Task. Das hört sich für mich eigentlich ziemlich witzig an so noch. Ok Leute, was machen wir in dem nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüüüüd.